So, herzlich willkommen zum 17. Let's Play von Kingdom Hearts 2. So, und jetzt geht's erstmal zum Palasten. Sicher? Ja. Wir haben ja hier oben den Gipfel schon fertig. Und jetzt wurde der Palast angegriffen. Noch nicht, aber ich glaube der wird die Kürze angegriffen. Ja. Ja, und wir müssen jetzt mal hier ein paar Gipfel rein. Ja. Da kann man leider nicht so wie bei Final Fantasy mal kurz die Gegner ausschalten. Ja. Au. Zurück mit dir. Und so kann man die Funktion. Red Rocket. Ja. Zu schade, dass nicht Otto spricht, das ist mir viel zu kurz einfach. Schnarch. Indem wir sagen, ähm, Wushu. Puh. Der Waffen. Au. Mann. Die Fiecher hier sind bis jetzt noch ziemlich fies. Ja. Weil die gleich mehrmals Treffen macht. Durch ihre Börbe Klinge. Da müssen wir wohl auch lang, oder? Ja. Schockt. Hör mal. Hm? Oh wie, oh wie. Wie heißen wir? Da müssen wir mal bei Termini reingucken. In sein Tagebuch. In sein Tagebuch. Oder Wolltzentrum. Irgendwie so haben sie die, glaube ich, genannt. Jiminy's Tagebuch. Herzlose. Charaktere. Okay, weg. Schmerzlose, Charaktere, Beziehungen. Hä? Ich weiß doch, bei allem. Ne. Ne. Schmerzlose. Charaktere, das war ja das. hier geht es ja noch weiter genauer an die wir sind ja schatten das ist der kamera hat hier 56 klar was er da hat 195 propeller drohnen 81 centaurier 25 schrecke 44 bolzentorm 16 ja wo ich mir dachte das ist ein paar 25 von den minotoren schon wo man die truppen hier an der scheiang scheiang ist allein scheiang ist auf dem weg hierher wer soll ich dir noch glauben sie sagt die wahrheit da war der falke von chan von chan you wenn der vogel da ist 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 er dieser hunde auch nicht weit darum steht da hätten da ist er wie er aussieht ja wenn der vogel da ist dann ist er auch nicht weit bewacht den palast hat den feind und jeden fall die beiden typen sollen das bewachen schreckx und zu schreckx die haben ja auch herz verloren und ihr ihr rettet den kaiser das ist ja auch mal befehle erteilt schon klar er hat dann noch von so einer durchgeknallten ente aber wirklich nicht den rasen bringen das ist uncool die ratten mich sehr gerne aus aber so was war er auf dem Sinne mehr aber der im entsprechenden ist auch seine die Beziehung oftmals in Gefahr wenn er mal wieder ein seiner gutausbrüche hatte weg mit dem Face das ist der Schwachpunkt von dem Ding ja der Kaiser ist in Gefahr da verlieren wir keine Zeit also Donald Reichter alleine schon einmal die Enddorf und Katapulte versetzen dann zack jetzt übertreib mal nicht da ist er schon wieder verbeugt sich von mir der Kaiser denkt nicht dran und lasst den Bart ranne den brauchen wir noch erst mal außer Gefecht dauernd mit den komischen Koteletten nach was nicht so neu erscheinen wer er hier oder wen meinst du nein hier geht es nicht durch das ist dein Ende das ist dein Ende ein für alle mal und das kleine der kurse ist wie rupfen war noch das Vögelchen beschütze das Tor und ich versiege ich an Ju naja jetzt kommen noch ein paar Zungen über den hier rennt und so hat alles was ist das eine die 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 auf unter uns ja und das war noch nicht alles er kommt noch mit so einem großen viel wenn im drachen gibt es aber in den nächsten kapitel nein weiter es gibt ja drei kategorien karlow war ja auch noch in der welt der großartig russchuh ist der bester, klar nein bist du nicht du bist ein niemand du bist nichts Moushu ja ich habe schon viel von dir gehört Fah Mulan du hast die Rüstung deines Vaters gestohlen du bist weggelaufen du hast dich als Soldat ausgegeben du hast deinen Hauptmann hintergangen chinesische Armee entehrt und Schande über deine Familie gebracht wir haben es ja kapiert du bist eine junge Frau doch was wirklich zählt du hast uns alle gerettet HM HM uuah das ist so die ganze Truppe hier ja ja das ist dass ja 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 die Humorragie bin ich aktuell sowas Ihr Excellency Herr Majestät Hauptmann Lee Sondern es wird uns zum Mutter entschlagen Und ich glaube das ist sogar auch das erste Schlüsselloch Nimm dies, damit die Welt weiß, was du getan hast für China Danke Ich glaube das ist sogar auch der Schlüssel Mulan Sora, Sir Summer Donald's Goofy Jawohl Danke Danke Danke? Mehr habt ihr nicht zu sagen Hauptmann? Wollt ihr das Herz von Mulan der kaffesten Frau Luchinas gewinnen? Äh... So müsst ihr schon etwas sehen Hocaunter sein Aber... Na klar Bekomme ich ein Autogramm? Dank für alles Sora Na ja, was will ich noch immer wieder zuhören und Wächter machen? Sie müssen Aber Mushu Aber Mushu, ich dachte du wärst schon dein Familienmächter Äh, was? Äh, nein, 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 schon gut, vergiss es! Das Ja, da ist es! Das erste Schlüsselloch Inci... Imoo Land der Drachen Aber immer das billige Schlüsselschwert der königsanhänger war ja noch kein besseres haben aber wir kriegen jetzt eins war eigentlich fast immer so wenn man ein level gemacht hatte hier war es ja die Mitgliedskarte in Twilight Town in Hall of Bastion war das erste Schloss ja die Mitgliedskarte und hier war es jetzt Shanyu's Schwert Prima aber das heißt Abschied nehmen wir werden euch vermissen aber die werden wiederkommen können wir wieder zu Besuch kommen natürlich wir warten eure Rückkehr mit Freude YouTube-Leinlein was Vorsicht, Soldat Mulan kichert sich ein ja wir sehen es auch noch nicht, Goofy Mulan kichert sich ein ja Verborgener Drache erhalten stellt proportional zu erlitten Chandy Mana wieder her Schaden, vielleicht gibt es einen Mana zack so erster Abschnitt versiegelt und dann ist was frei worden die Arena des Olymps und oben rechts sieht man dann neben dem Schlüssel auch sieht man immer ein graues Zeichen das heißt dann, dass hier ein Kapitel hinzugefügt wurde mhm aber jetzt äh geht es erstmal ins Schloss des Biestes ja bevor wir uns dann in die Arena des Olymps ja das zeigen wir euch aber im nächsten Play so und bis später Ciao Bis zum nächsten Mal